Lingen kann man es ja auch nicht. Ne, kann man nicht. Deswegen dachte ich mir, das Band nicht mehr als Stütze dafür, dass es da hinkommt. Also kannst du nicht die Banden. Wart mal. Wenn du dich hier port... Mach mal das rote Portal hier. Wohin? Da. Ja, aber wie kommen wir... Hm. Ich komme ja auch nicht da oben rauf. Ich denke mal die ganze Zeit, wir können diesen Kugus da hinpacken, damit wir da... Wart mal kurz. Wir haben doch die Röhre noch. Hier, die Röhre haben wir doch noch. Vielleicht irgendwie. Klar. Ja, warte mal, dann... Dann mache ich das Ding am besten hier hin, damit der Kugus dann natürlich hier stehen bleibt. Ja. Dann musst du ihn jetzt halt einfach nur da durchjagen. Na gut, du musst auch das Ding natürlich dann da oben hin platzieren, ne? Ja. Das muss aber noch ein Stückchen hier hin, glaube ich. So. Und dann musst du aber, sobald du den... Ne, du musst den ja noch richtig positionieren. Wart mal kurz. Ne, so wird das nichts. Ich sag's. Das ist in der falschen Richtung. Haha, ich muss mal mitgehen. Ne, du darfst nicht mitgehen. Also du musst den hier richtig reinlegen. Und dann müssen wir schon zum Fahrstuhl gehen. Weil in der Zeit, wo er da hinschwebt, müssen wir praktisch zum Fahrstuhl. Die Frage ist, wie liegt man hier ordentlich heute? Hep. Vielleicht kriegt es auch so? Ne, das reicht nicht. Okay. Weil so schnell kannst du nicht zum Fahrstuhl rennen. Du musst mit reinschweben, bis hier und in den dann richtig positionieren, dass der nach da zeigt. Okay, dann probieren wir mal das Glück. Tschüss. Du bist falschrum. Falschrum. Tschüss. So, jetzt kannst du kommen. Schnell. Ich komme. Ich komme. Schneller. Höhöhöhöh. Verdammig. Jetzt bin ich hier oben gefangen. Ich habe keine Sprint-Taste zur Verfügung. Ja, du musst sobald du durch bist, eigentlich runter, glaube ich. Oder ihn einfach gleich richtig rum reinlegen. Ja, dann muss ich das so hinpacken. Genau. Und jetzt kannst du kommen eigentlich. Meine Güte, wieder ein schweres Rätsel gelöst. Und der Fall hat Rätsel nur zwei. Ah, immerhin. So eine Rätsel habe ich mal erwartet. Die anderen waren ja echt eigentlich größtenteils recht easy. Weiter zum nächsten Testkunstwerk. Lasst es auf euch wenden. Interagiert, als wolltet ihr es lösen. Es wäre das in der Zukunft noch von Interesse, was es ist. Quatsch. Klar. Was ich mir immer alles glauben soll. Aber interessant, dass mal Steam so ein Update gibt. Einfach so. Ja, finde ich auch. Wird kostenlos. Also wenn ihr Pro2 durchgespielt habt, Single Multiplayer, und fragt euch, wie bekommt man diese Maps einfach nochmal installieren und dann wird es bei Steam automatisch kein Update drauf installiert. So, dann bin ich mal gespannt. Test 3, wa? Ja. Oh, Katapulte. Und nicht trinken. Nein. Haha, das sieht Spaß hier aus. Ich probiere gleich mal was. Ei, ei, ei. Hooray! Ich bin schon mal da. Das wäre irgendwie zu einfach. Bam. Ja, wir müssen hier im Kubus noch inpacken. Okay, wo ist der da drüben irgendwo? Hm, man könnte mit dem Schwung auch was... Guck mal, hier oben ist auch noch was. Jetzt kannst du da durch. Wo? Ja, die Frage ist nur, wo ist was? Ach, da hinten ist der erste Kubus. Ah, okay, du musst wahrscheinlich den Knopf dort drücken. Hinter dir. Dann zwar... Ah, hier kann man rauskatapultiert werden. Jetzt müssen wir die Frage nur, wie katapultiert man sich am besten? Wie fliegt man denn? Ja, man landet ja eigentlich immer hier. Also man katapultiert sich ja gar nicht richtig. Nee, aber guck mal, hier hinten ist auch noch ein Komplex. Nimmst du das? Das heißt, man hat hier ein richtig großes Sprungbrett-Feeling. Na, warte mal, du könntest... Wo bist du denn jetzt da? Geh mal hier durch. Dann kommst du in dieses neue Areal scheinbar. Ja. Guck mal, ob es da oben was gibt. Ah. Äh. Gut. Au. Das war nicht so gedacht. Kannst du dich da jetzt rauskatapultieren oder was? Hm, ich muss nur schnell... ...überlegen... ...ne, ich werde verdunnen. Ui. Warte mal, ich muss dann... ...nein, Quatsch. Du musst ja so katapultiert werden. Wie kann ich mich denn katapultieren? Wir sind hier oben. Siehst du das? Wenn du da rausguckst? Ja, okay. Dann könnte man rein theoretisch... ...man hat ja ein bisschen Schwung. Diesen Schwung könnte man irgendwie nutzen. Hm. Also das ist wahrscheinlich dafür, dass du da rüberkommst. Warte mal. Da muss ich wahrscheinlich... Boah, wie soll denn das? Komm mal kurz hierher noch. Hier runter. Und mach mir mal hier ein Portal hin und dort. Wohin noch? Hier. Dann kann ich nämlich schon mal dir hier so einen Durchgang machen. Dann kommst du nachher hier rüber. Hier drüben raus. Ja, aber bis irgendwie mit Schwung da durchgeht. Hm. Ich frage es nur, wie. Also ich kann jetzt hier nicht mehr raus. Nanananananananananananana. Da drüben kommt man da hin irgendwie schon mal. Ja, ich komm nicht durch die Warnung. Ich wollte mal schauen, ob man... Ah, da kannst du auch hin, genau. Und hier haben wir... Ah, guck mal hier haben wir einen Schleudertrauma. Ach, guck mal da oben. Ja, ja, deswegen. Die Frage ist nur, wo wieder raus. Boing, ouch. Ja, momentan geht's noch nicht. Wir müssen wahrscheinlich dieses Gravitationsfeld da erst wegkriegen. Und wie kriegen wir das weg? Meistens ist es ja mit Punkten fixiert, wie wir das wegkriegen. Wahrscheinlich durch den Schalter dort, denke ich mal. Und wir müssen erst mal von dem Schalter durch. Aua, der ist tot weg. Also ich darf meine Portale jetzt eigentlich nicht wegmachen, weil das ist, glaube ich, jetzt wirklich für dich halt, dass du da durchcrashst. Ich brauche viel Schwung, aber woher hole ich mir den Schwung? Warte mal kurz. Haha, das war falsch. Bringt mir auch nichts. Ich brauche... Ich muss über die hier rüber den Schwung bekommen. Die Frage ist, wo bekomme ich den her? Das ist doch gar nichts. Ja, pff. Schwung gibt's sonst nirgends, oder? Ne. Ja, nur durch die Katapulte hier, aber... Was ist denn da? Ach, guck mal, was ist denn da noch? Was? So ein Gel oder so. Komm doch mal kurz hierher. Da. Mhm. Ne, das ist also mal ausgekommen. Ah, okay. Mich auch gewundert, weil im Testraum nichts mit Gel angesagt wurde. Ach, wie macht man das am besten? Boink! Au, das wollte ich eigentlich nicht. Also, ich muss auf jeden Fall ja diese Tore machen, weil du die ja selber nicht machen kannst. Ja. Aber ich krieg so wenig Schwung. Hier. Hier. Und hier muss da der Kubus hin. Das öffnet dort irgendwas? Ich krieg nicht genug Schwung für irgendein... Ey, ich schaff dir nie und mal so rauszugehen. Wie soll ich denn das machen, bitteschön? Wo wird man überall geschleudert? Da, da. Ich glaub, das ist aber wirklich nur zum stumpfen Rüberspringen. Ja, aber viel Schwung bekommt man ja nicht. Aber ich brauche irgendwo viel Schwung. Aber ich krieg hier nirgendwo. Kannst du mal meine Perspektive machen? Ich krieg hier nirgendwo Schwung. Hm, ich hab auch schon geschaut. Diese kleine bisschen von da rechnen wir nochmal für irgendwas aus. Naja, warum nicht? So? Ich komm die ganze Zeit. Wollen wir nochmal. Sprung! Ach, verdammt. Obwohl das stumpf ist, das bringt natürlich nichts. Du musst ja da rauskommen und nicht da reingehen. Ja, ouch. Ja, das ist dann die Sache. Ich muss irgendwo hier viel Schwung bekommen, damit ich hier rauskomme. Aber wo mache ich zum Portal hin? Du kannst ja nur an den paar Positionen. Das ist das Problem. Hinter... Ah, guck mal hier. Ah. Ja. Okay, was ist da jetzt noch? Da ist viel Schwung. Und hier kann ich mir Schwung holen. Ja, toll, aber... Warte mal kurz, ich will mal kurz was schauen. Wo komme ich denn überhaupt hier hin? Woh, ouch. Na okay, da musst du dich scheinbar wirklich beschleunigen, aber wenn du dann rauskatapultiert wirst... Wo? Ah, ah, ich muss die Richtung, da ist doch eine kleine Öffnung. Hey. Hä? Ach, du musst dir selber ein Portal machen. Ja, die Frage ist nur, wo? Na, auf dieser Schräge, ne? Ich will das gerne mal wissen. Ach Gott. Ich bin gefahren. Hey, hey. Irgendwie sind wir in den Portalen nicht ordentlich gesetzt. Interessant dir zuzuschauen. Wo ich mich gerade frage, wie du dann da im Portal hinsetzen willst. Echt mal? Muss mal gucken. Anders geht's auch gar nicht, ich kann... Sonst kann ich dir die Portale ja nicht machen, ist das Problem. Ja, die muss immer schleichen. Kann ich von hier aus... Ha, ha, ha. Musst du mal schauen, Korn. Ach, verdammt. Was ist denn die kleine Öffnung? Die ist doch... Hier. Da komm ich aber nicht zu mir hin. Ich bin doch irgendwas. Ich muss doch irgendwo wieder... Warte mal kurz. Da. Okay. Ich glaube, ich brauche dich trotzdem noch. Ja, aber dann... Was ist denn da mit dem Portal hier oben? Ja, das ist eine gute Frage, aber... Ich glaube, 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 das geht, das wird enorm kompliziert, aber es geht. Ach, nein, verdammt, geh doch mal zurück wieder, mach die Portale. Ich muss hier durch, muss hier, komm hier raus, und wenn ich rauskomme, muss ich sofort in meinem Portal machen, das selbe Portal noch mal kommen. Da muss aber nochmal mitkommen, weil du mir jetzt nochmal Portale machen musst. So, okay. Wo soll ich hin? Da. Und da drüben mal. Ach, verdammt. Ich bin mal bevor einig, los, geh rüber. Ja, warte, du musst jetzt, nee. Ja? Du musst mir jetzt da wieder rauslassen, netz. Da und dann da drüben halt. Genau. Jo, jetzt kannst du loslegen, von mir aus. Das soll mal erstmal einer sehen, diese kleine Ritze, die hier drin ist. Okay, das wird ein Spaß. So, ähm, ich muss das blaue Portale verändern, also das linke Maus, das du verändern. Uuuuua. Haha, es hat geklärt. Okay, jetzt musst du mal den Schalter betätigen, jetzt muss ich wahrscheinlich... Da rein. Ist eigentlich schon offensichtlich. So, und jetzt kann ich dir das gleich hier irgendwo rausschleudern, glaube ich. Ja, genau. Da, wo fliegt denn der dann hin? Probier's einfach mal aus. Du kommst ja eh neue Sachen. Okay. Oh, den musst du jetzt wieder fangen. Oder nee, das geht ja gar nicht, du kannst ihn ja gar nicht fangen, eigentlich. Weil du ja den... Oder, ist der Knopf jetzt, bleibt der gedrückt, oder? Der ist verschwunden. Ah, okay, ja doch, dann kannst du den jetzt fangen. Hm, und wie? Ich muss zurückgehen zum Start, muss der da ein Portal hinsetzen. Ach so, ich verstehe. Oh Gott, im Gott. Nee, da hinten musst du. Ja, aber ich weiß, ich weiß, du musst da hinten hin, aber ich hab das nicht gesehen, dass da hinten das Weg... Da. So, sag Bescheid. Okay, drück, los. Oh, was war denn? Herrlich. Warte. War der immer ganz knapp, wow. Wart mal kurz. Sag mal, ist der über mich rübergeflogen, oder wäre es gewesen gewesen? Ich weiß es nicht, ganz genau, ich hau ihn einfach rein. Okay. Okay. Wir müssen ungefähr gleichzeitig los. Wart mal kurz. Dafür machen wir was Besonderes. Okay. Warte. Noch mal. Ja. Haben sie aber auch gut programmiert, hier, dass alles die Drei-Sekunden-Regel entspricht. So, Level 3 auch noch geschafft. Hey. Ich betrachte es als künstlerisch wertvoll. Künstlerisch wertvoll, aber hallo. Aber sowas von kurze Zeit. Ey, ey, ey. Sind sogar schon eine halbe Stunde am Rumpel-Werteln, ey. Ey, ich bin noch drin, oder? Ne, du bist nicht drin. So, jetzt. Mann, 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 Mann. Mann, 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 Mann. Mann, 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 Mann